Das war eine anstrengende Nacht. Kaum ein Auge haben wir zugemacht. Gar nicht beruhigen hat er sich lassen. Paul hat die ganze Zeit geschrien und offenbar Schmerzen gehabt. Er fühlte sich ganz heiß an und hat dauernd an etwas herumgekaut. Er war richtig arm. Und wir auch. Wir haben einfach nicht gewusst, wie wir ihm helfen können. Oje, das sieht nach geschwollenem Zahnfleisch aus. Er wird wohl seine Milchzähne bekommen. Das ist ganz natürlich. Macht euch keine Sorgen. Habt ihr es schon mal mit Osanit probiert? Osanit? Was ist das? Durch Osanit werden die Schmerzen von Paul gelindert und die Selbstheilungskräfte des Körpers werden aktiviert und gestärkt. Osanit hilft Paul, also weniger Schmerzen beim Zahnen zu haben und euch, dass ihr wieder ruhig schlafen könnt. Und das wirkt? Osanit wird seit Generationen beim Zahnen der Kinder angewandt und auch weiterempfohlen. Du hast sie damals auch bekommen. Osanit ist homöopathisch, zuckerfrei, lindert Paul Schmerzen und unterstützt ihn sanft, sich selbst zu heilen. Danke Mama! Osanit werden wir gleich ausprobieren. Osanit, damit die Schmerzen gehen, wenn die Zähne kommen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.